Jetzt geht das Gitterrost einmal mittig durchgeschnitten. Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von TechnoComposites. Wo ist das Problem, ist ja immer unser Aufhänger. GFK-Gitterroste haben wir euch schon erklärt, wie die aufgebaut werden, welche Varianten es gibt. Wir haben euch auch gezeigt, wie die eingesetzt werden, zum Beispiel im Jachthafen in Haaren. Und heute wollen wir euch einfach mal zeigen, wie man denn GFK-Gitterroste bearbeitet. Dafür haben wir Martin hier. Martin will uns einmal zeigen, wie man GFK-Gitterrost bearbeitet. Martin, kannst du einmal erklären, was du jetzt gerade vorhast? Wir haben eine Platte, die ist zwei Meter mit Meter. Da bekommen wir vier so eine kreisrunde Ausschnitte raus. Normalerweise, wenn ich die jetzt gerade durchschneiden würde, aber da wir noch einen mehr rausbekommen möchten, muss ich hier die erst ausklinken. Ja, okay. Ja, und das Wichtige dabei ist ja auch, dass wir immer beachten, dass man irgendwo einen sauberen Abschluss hat, weil man will ja möglichst eine gerade Kante haben irgendwo. Das geht aber um? Und wenig offene Fläche, ne? Richtig, so damit die CNC-Maschine einen Anhaltspunkt hat, wo die, ja, den Nullpunkt hat. Genau. Okay, dann lass uns mal loslegen. Okay. Ich habe hier schon angezeichnet. Achso, du hast eine Schablone, die wir praktisch 1 zu 1 ausgedruckt haben. Und auf dem Gitterrost sieht man hier schon die Markierung. Und was machst du jetzt? Jetzt nimmst du... Stichsäge und Staubsaugen und schneid das hier so raus. Ist das ein spezielles Blatt irgendwie für die Stichsäge oder irgendwie Hartmetall oder so? Ja, das ist normal. Ja, okay. Stichsäge und Stichsäge. Ja, also jetzt haben wir das Gitterrost hier rausgelöst. Jetzt haben wir hier noch die Kanten. Wie bearbeitest du die gleich nach? Die bearbeite ich gar nicht nach. Die gehen direkt auf die CNC-Maschine. Ah, okay. So groß müsste es ja eigentlich nur. Ah, okay. Ja, genau. Stimmt, müsste kleiner werden. Richtig. Du machst praktisch nur vorbereitende Tätigkeiten, damit wir es sauber auf der CNC bearbeiten können. Und dabei ist auch wichtig festzuhalten, bei der CNC-Maschine haben wir ein ähnliches Problem wie hier jetzt gerade. Man hat immer wieder Material, was man durchfräst. Und dann wieder Luft im Endeffekt. Ist also auch für die CNC-Maschine ja eine blöde Belastungsart, weil die andere wieder irgendwelche Schläge kriegt. Soweit es geht, versuchen wir sowas mit einem Sägeblatt zu machen, weil wir selber auch die Erfahrung gemacht haben, wenn man es mit einem Fräser macht, dann muss man ein paar Fräser mehr verwenden, weil die gerne abbrechen. Im Außenradius kann man eigentlich die Mitte mit Säge machen oder über den Innenradius muss man mit einem Fräser machen. Okay. Und nächster Arbeitsschritt ist jetzt? Äh, dieses Teil lege ich weg. Mhm. Jetzt geht das Gitteraus einmal mittig durchgeschnitten. Ah, okay. Ja. Jetzt geht das Gitteraus einmal mittig durchgeschnitten. Ja, da haben wir auch gleich gesehen, alles, was man mit einer Säge machen kann, geht deutlich schneller als mit Stichsäge oder mit CNC, ne? So, hier bekommen die jetzt zwei Stück raus. Mhm. Einmal hier. Ja. Wenn es umklappt. Ja, genau. Und wir haben dann jeweils, äh, hier einen Rand, der wirklich beschlossen ist und der Rest wird halt ausgefräst, ne? Ja. Dann ist jetzt der nächste Schritt, dass wir zur CNC gehen, ne? Also was man hier schon sehen kann, ist, dass wir mit der CNC die GFK Gitterausflüte bearbeiten. Nach Möglichkeit mit dem Sägeblatt, äh, an Stellen, wo es nicht anders geht, eben halt mit dem Fräser. Man muss halt immer berücksichtigen, der Fräser wird dabei deutlich mehr belastet, ähm, als der Sägeblatt. Der Vorteil bei der Bearbeitung der CNC-Maschine ist, dass wir halt eben auch ungewöhnliche Geometrien hinbekommen, Ausschnitte, Kreisrundungen, auch sowas wie S-förmige Linien werden möglich, ist halt eventuell Programmieraufwand extra. Technisch gehen, funktioniert es einfach. Das, was wir hier sehen, ist einmal der Schnitt, mit dem die beiden Platten unterteilt werden. Und dann hier der Viertelkreis, der hier gesägt, übergefräst wurde. Das GFK Gitterrost muss ja auf der CNC befestigt werden. Das schaffen wir in dem Fall hier mit einer Holzplatte und Gitterrostklemmen. Muss man sich natürlich immer überlegen, wo kann ich die Klemmen befestigen, damit mir der Fräser da nicht reinfährt. Jetzt haben wir euch gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, GFK Gitterroste zu bearbeiten. Kann also auf der Baustelle auch mal mit einer Stichsäge erledigt werden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier in größeren Mengen Sachen vorzufertigen. Brauchen wir halt eine exakte Zeichnung dafür, dann ist das möglich. Jetzt noch in eigener Sache, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann könntest du uns helfen, indem du unseren Kanal abonnierst, damit wir ganz schnell die 500er Marke knacken können.